Hier einmal hier oben lang, oder muss ich immer an lang haben? Es ist schon wieder eine SMG, ich raste gleich aus. Ich bekomme nur SMGs. Ich bekomme ja nur SMGs. Wieso, wozu soll ich das bitte gebrauchen? Ich brauche keine eklige SMG. Ich brauche eine anständige Waffe. Keine SMG, Mann. Das ist trotzdem der Ultrascheißnot. Was soll der Scheißnot? Mit diesem Scheiß-Luter. Er kennt drinne. Er ist wundet. Direkt reingesprung. Mein Gott, nein. Trommel. Ich habe die Tommy-Gun genommen, stattdessen die Trommel. Ich habe gewonnen. Oh mein Gott, ich habe ihn. Ich höre nichts mehr. Richtig. Ich höre nichts mehr. Ich muss in den Gunfight. Ich muss tun, ich muss tun. Wenn ich in den Gunfight gehe, dann kann er mich nicht umbringen. Ja, ich muss tun. Ich muss das tun. Ja, nächster. Ich muss das tun. Er wartet die ganze Zeit mit deiner Waffe, bis er schießen kann. Ich seh das. Oh mein Gott. Boah, war das knapp. Wieder mal. Digga, das ist grad so ne geile Runde. Bis zum nächsten Mal. ich komme leben Einfach so dumme 100 HP und dann bin ich einfach so low. Okay, da hinten ist ein Airdrop. Dann nehme ich das Jumphead und lande beim Airdrop. Bitte was Gutes. Da ist eine Truhe und ein Airdrop. Da ist es mal öffnen die Truhe, was für das? Was? Saufweck, saufweck, gut. I drop. Was hat dein Wohl drin? Bitte Minis, Minis, Minis. Oder bitte Minis, Minis. Es ist verdammt, saufgruck. Wenn ich den ja sowieso nicht mitnehmen kann, ich trink den einfach. ich denke es brauche ich um die gegner aus ihren vierten zu locken das brauche ich ich hab gerade das gedacht das gerade gedacht ich wusste es ich habe genau das gedacht ich Untertitelung des ZDF, 2020 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 Gehe ich da mal auch in Ruhe rein. Dann lande ich da beim Roboter. Weil ich brauchte ihn jetzt, um ein bisschen Leben abzuholen. Den Fehler viel hab ich grad echt nicht. Ich rummel den Roboter. Okay, da ist direkt noch ein Roboter. Okay. Okay. Gut, schon mal gut umgebracht. Der Typ hat einfach mit seinen ekligen Raketen das einfach kaputt gemacht. Ich denk mir so, ist das dein Ernst? Ich brauchte einen Roboter, aber das konnte ich schon gut für die Selbstzerstörung benutzen. Also wirklich sehr gut. Ich konnte einfach in ihm einsteigen Selbstzerstörung aktivieren. Ich wusste nicht, dass man gedrückt halten muss. Deswegen wusste ich gar nicht, wie man das macht. Ich dachte, ich hätte jetzt gedrückt, dass ich rausgehe oder so. Ich wusste noch nicht mal, dass man das macht. Wie man das macht. Dann guck mal, dieser arm drei Roboter einfach in der Sohn steht. Das ist halt meine letzte Runde. Ich muss jetzt wirklich noch einmal durchziehen und hier sogar einen Winrollen. Das ist das Beste. Ich konnte halt nicht so lange zocken. Aber mein Bruder muss jetzt streben. Mann, ich bin sprungen. Nicht springen. Ich darf nicht springen. Ich darf nicht mal die Kante befinden. Weil ich sonst springe. Ich konnte die ganze Zeit so machen. Jetzt krass ist ja, ich könnte die ganze Zeit so machen. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Auf ein paar Gegner. Langsam habe ich das Gefühl, wir kommen jetzt drin. Oh nein! Oh nein! Das wollte ich doch nicht! Oh mein Gott, wie lange bin ich bitte jetzt in der Luft? Ja, ich will nicht. Ich bin auch so, dass ich ihn da wieder reingewirren bin. Ich bin nicht Depp. Er hat den High-Grounder vorhin genommen, also das ist dein Ernst. Ich komme noch und hole den Weg wieder. Das war klar, woher... Ich wusste doch, dass du schon da warst. Nice! Er hat zuerst genau da reingegangen, wo ich hier die Türen konnte. Schon mal in Erinnerung. Weil ich hier schon war, waren hier sind manche Sachen von meinen Wänden einfach. Das ist geil! Hab ich den perfekten High-Grounder-Feder-Camp? Da versucht einer... Wenn jemand hier hoch will, drauf landen will, dann mache ich einfach diese Granate hoch, weil das immer halt nicht zu Vorteil wird. LukasFN3 schreibt, du weißt einfach alles. Direkt kommt die Sniper. Von irgendwo. Man weiß nicht von wo. Aber jemand snipet. Wie man es kennt. Der Einer ist wieder tot. Ich habe 8 Kills, vielleicht wird es sogar eine Ten-A-Boom. Oder vielleicht mache ich so... Ich glaube ich mache sogar den Win, der nicht mehr gerade wirklich sehr wird. Bisschen warten. Ich werde 100% 10 Kills machen, das ist schon krass. Ich muss hier bleiben. Ich muss hier bleiben. Die machen mal wieder... Die da hinten machen mal wieder den da. Die versuchen alle in diesen High-Ground reinzukommen. Die versuchen es ja alle. Dann schaffen es nicht. Weil ich schon da bin. Deswegen gehen sie woanders hoch. Versuchen da den High-Ground zu ergattern. Versuchen alle High-Ground zu ergattern. Direkt kommt. Direkt kommt. Direkt kommt er. Direkt habe ich High-Ground, Bruder. Direkt. Direkt kommt er. Da. Da ist schon mal ein Paragraphen die unten. Du hast das nicht gebraucht. Der Keimb! Das spielt nicht. Ihr könnt euch das nicht verwenden. Nein, 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 Bro, lass den Scheiß. Alter, ne! Das ist überhaupt gar nicht gut. Erst jetzt, jetzt riecht es nicht gut. Lass den Scheiß. Oh Gott, der schießt alle runter. Wuschtes. Er hat genau gerade jetzt editiert. Fast keine Maps. Das ist der! Der Pro-Player, der mit den 160er Headshot auf einmal gegeben hat. Oh mein Gott, der tut doch runter. Weg hier! Weg hier! Er wollte einfach nur den tun. Ah, okay. Keine Mets. Oh Gott. Oh Gott. Ja. Oh Gott. Ja. 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 Das ist wirklich gut. Ja. und da kommt das der keine chance also dass keine metz einfach einfach nur mit mein gott war das verkraft scheiße er wird so verlieren er wird gewinnen er wird gewinnen weil er hat einfach high ground und er kann ja er wird gewinnen kann man nichts machen ich hätte gewonnen nur wegen dieser ekligen sohn und hätte ich überhaupt nicht und dann noch das mit dem jantt hat sich und sehen werde welcher der gewinnt er gewinnt sonst scheiße vierte